Hey Leute, hier sind wir auch noch dabei von DeepBuddy's Zock und heute geht es um die stärkste Waffe im Spiel, da hat sich nämlich einiges getan beim letzten Update, hat sich viel verändert und ich würde sagen Leute, wir suchen die jetzt direkt in Game und zeigen euch die Welt, ja die kann ein bisschen was Leute. So Leute, los geht's, wir gehen nach Tilted Towers, hier seht ihr die Chancen am höchsten, dass wir die Waffe finden und hier auch mal gediegen, direkt zwei Kästen bei mir, ihr könnt ja schon mal raten, von welcher Waffe wir eigentlich reden, also ich muss echt sagen, es ist mit Abstand eine der Waffen, die ich am seltensten früher am Start hatte, eigentlich so gut wie nie, also ja, ist auch nicht einfach zu finden, ich bin der Meinung, sie ist sogar seltener wie eine Scar, wie eine goldene AK oder eine goldene Sniper, also ja, ich würde sagen Leute, wir machen uns mal auf die Suche, du bist schon in einem ersten Fight drin, was ich sehe, okay, ey Leute, das ist so nervig, was die hier reingepatcht haben, hier mit den Böden, dass man zuerst, wenn man nicht seitlich abbaut, diese Flaschen abbaut, keine Ahnung, warum die es gemacht haben, bist du sicher oder muss ich kommen? Ja, ich brauche Munition, ich hoffe, ich fände jetzt was, okay, ich komme mal sonst rüber, dann helfe ich dir mal kurz, ist hier noch eine Kiste, ja, oh, nicht sterben, okay, alles easy, beide down, perfekt, sauber, so, dann hier noch ein schönes Sturmgewehr für mich, Dual Pizzle sind schon mal nicht, Leute, und das, was ich im Inventar habe, auch nicht, und hier sieht man auch die erste Wetterwarnung schon von dem Eissturm-Event, das bald auf uns zukommen wird, also ja, da dürft ihr auch gespannt sein, Ich gebe mir jetzt mal kurz meinen, äh, schlüpsthaft, ich habe ein Mad-Kit für dich, ja, nice, kannst du dann direkt holen, ja, Leute, ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf die Suche, beziehungsweise holen uns auch ein paar Gegner und sehen uns ja gleich wieder, Oh, da ist der erste, was macht der? Beide tot, perfekt, die haben wir schon mal, so, hier liegt die Waffe auf jeden Fall, Nirgendwo dabei, ähm, was nehme ich mir mit, die nehme ich mir mit, da sind noch mehr Gegner, ja, oh, die schwitzen ordentlich, Ich sehe dich noch nicht, und vom Trump Tower oben fallet mich einer runter, ähm, okay, du kannst die, wir vor mir pushen, die haben beide richtig bombastische Shots bekommen, so, Ah, die kommen raus, er baut auf, äh, ist schon da, na, komm, trau dich, Jawohl, das sind alle, er ist trotzdem genockt, Jawohl, das sind alle, er ist trotzdem genockt, Leute, übrigens noch ein kleiner Hinweis, Hier bei dem Inventar ist sie noch immer nicht dabei, Leute, hier ist sie noch immer nicht dabei, Ihr seht schon, goldene Heavy, goldene Tegel, Ich habe sie auch nicht im Inventar, Benni hat sie auch noch nicht, also die Waffe ist schon gut selten, Es leben auch nur mehr 18 andere, was ist denn da los, ey, Wir müssen die Waffe schon langsam abwenden, Will der mich mobben? Was los? Oh, so ein Mad ist ja auch direkt hier, Ja, Mann, Ich habe halt null Material, Mhm, ich hätte was geben können, Ja, Der Papa hitzt da eine, Nice, Der zweite ist komplett lost, Der andere ist genockt, Wir müssen da, Die Zone, Ist tot, sind beide tot, Zone, ja, okay, Wir können ja mit Rift rein, Du hast ja ein Rift, Hier ist sie auch noch nicht dabei, Die Waffe, Leute, Was ist los? Warte, 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 Der hat einen Chak-Chak, Nimm dir mit, Hier liegt sie auch noch nicht dabei, Wir können den Chak-Chak hier, Nimm ihn mit, Okay, Nein, let's go, Rift, let's go, Ab in die Zone, Leute, Das ist hell, Ja, Häufig ist es mal nicht, Leute, Da wird gefeiert, Da wird sich eingemischt, Das ist ja außerhalb, Hallo, Hallo, Einer hat einen Hit, Einer zieht durch, Hat noch mal Hit, Einer pusht hinter dich, Ist genockt, Da ist noch einer, Auch down, Okay, nice, Und ist sie hier schon mal dabei? Wieder nicht, Oder? Ey, Keiner rechnet damit, Dass die Waffe so krank OP ist, Ich sag's dir, Ja, Und sie ist halt auch so selten, Muss man sagen, Ja, Es gibt's ja nicht, Ihr seht ja, Ich habe schon keine Ahnung, Wie viel das Gas ist jetzt gefunden, Und da war, Und was weiß ich, Alles goldene Sniper, Goldene Shotguns, Oder war sie nirgends wo dabei? Der kassiert jetzt, Er kassiert nicht mehr, Komplett, Schade, Zwei Stück, Zwei Stück waren da drinnen, Hä? Als ob, Achtung, Der Sniper aus dem, Aus dem, Südwesten ist noch am Start, Ja, Ich gön mir hier dann, Direkt mal kurz ein Lagerfeuer, Und alles, So, Und es sollten hinter uns, Auch noch, Irgendwo welche sein, Aber ich habe keine Ahnung wo, So, Gönnen wir uns das mal, Leute, Wir sind schon bei 17 Kills, Angelangt, Und haben die Waffe, Doch immer nicht, Sag mal, Hörst du jetzt mal kurz auf, Ich will mir hier ein Lagerfeuer gönnen, Warum spandt der jetzt alles, Komm, Lass mich in Ruhe, Das Lagerfeuer, Okay, Hinter denen sind auch noch Gegner im Wald, Okay, Angst dass einer hinter uns kommt, Ja man, Aber wir könnten dann direkt rüber zu denen, Ich hätte nämlich Bock auf den Pferkels, Nicht, Die Geräusche kommen von der Eiskugel, Oder? Ja, Das ist richtig komisch, Mann, Oh, Du schießt noch andere rein, Komm, Lass auf die Linz gehen, Da hat er eine Raketwerfer, Hey, Hallo, Was, Was hier schon wieder trifft, Während ich in der Luft bin, Nein, Wo ist er jetzt hin, Ist er unter dir? Unter mir, Ja, Okay, Jetzt habe ich ein bisschen Angst, Ich glaube, Ich gehe nochmal zurück und hole mir die Minis, Vielleicht wieder da, Als ob der es hier auch nochmal trifft, Sag mal, Los mit euch, Die Minis kann ich gebrauchen, Du hast auch noch ein Lagerfeuer, Oder? Ja, Habe ich mit, Ich komme wieder, Du, Er lasert halt immer so rein, Ja, Komplett, Hinter mir auch noch einer, Ich bin mir weiß, Wie viele sind denn hier, So, Ich bin da, Ich bin da, Hat Hit, Ist tot, Ist tot, Ist tot, Nice, Holy shit, Okay Leute, Da ist die Waffe auch noch nicht dabei, Was ist los? Lagerfeuer, Action, Ja, Finde ich Bock, Oh, Da ist noch keiner, Hat ein Header, Ist tot, Das ging schnell, Geil, Die Minis nehme ich mir mit, Die Waffe ist auch nicht hier, Was ist denn da los, Ey, Es sind hier im Süden noch mehr Gegner, Der ist da, Bei uns im Wald, Langgelaufen, 19 Kills am Start, Und die Waffe haben wir nicht, Mann, Ich glaube, Man merkt, Dass die selten ist, Da, Renner, Ist tot, Perfekt, Das ist die Nr. U20, Gegner vor uns, Achtung, Eine ist fast tot, Hat richtig Hits kassiert, Einer hat ein 100er, Raketwerferhit, Die eine ist genockt, Okay, Die haben wir, Nochmal Hits, Gefinisht, Ich hole mir hier mal kurz, Einen großen Schilddrang, Geh' ich nochmal sicher, Okay, Perfekt, Du gehst einfach weiter rein, Das schaffen wir, Komm, Ich meine, Wir haben jetzt die Waffe noch nicht, Aber es gibt auf jeden Fall noch eine Runde, Wo wir die Waffe uns holen, Und damit ein bisschen abgehen, Ich verstehe es einfach nicht, Warte, Sind jetzt beide tot, Es lebt nochmal einer, Wir haben, 22 Kills, Und haben die Waffe nicht, Das gibt es nicht, Ne, Ich hab' ja gerade ernsthaft noch mit dem Bike rum, Ne, Ne, Das war ein Bug, Ich hab's gerade abgeballert, Dass der Sound weg geht, Okay, Ist der Tod, Ein Hit, Ist tot, Okay, Ich hab 14 Kills, Und du hast glaube ich, Ich hab' neun, 23 Kills, Und die Waffe ist nicht am Start, Leute, Hier ist sie auch nicht dabei, Also, Ich würd' sagen, Es wird jetzt noch weiter gesucht durch der, Was ist da los, Leute, Wir haben sie endlich gefunden, Ihr wollt' nicht wissen, Wie lange das gedauert hat, Ey, Wir sind jetzt glaube ich, Zwei Stunden am Start Und suchen Nur durchgehend Diese eine Waffe, Leute, Die Minigun, Ja, Die ist verbessert worden, Die schießt 37% schneller, Und, Leute, Wo es auch geil ist, Also, Was nicht so geil ist an der Waffe, Aber sie ist generell besser geworden, Da hinten sind auch die ersten Gegner, Die es gleich testen können, Sie überhitzt jetzt nämlich, Also, Man kann nicht mehr Dauerfeuer machen, Aber, Leute, Statt ne SMGT dabei zu haben, Kommst du mit? Ja, Ich bin am Start, Okay, Ich mach' ein Stück hinter dir, Ich merk's, Ich gönne mich mal kurz, Das ist so krass, Wie schnell die schießt, Einfach, Richtig die Laserwaffe, Leute, Ohne Witz, Ich geh mal ganz kurz hier hoch, Hab ich Bock, Dann geh mir halt hier hoch, Komm, Ja, Das sind gar nicht so schlechte Spieler, Ah, Hat's wieder Hit? Ich hab auch gut Hit, Ja, Moin, Er hat auch gut Hit, So, Dann probieren wir es gleich noch mal, Ah, Ja, Man muss immer jetzt aufpassen, Dass ich auch überhitze, Hm, Wo ist er? Ist er unten? Der unten, Hat ein hunderter Hit, Ist er unten? Nice, War zwar kein Minigun Kill, Oh, Warte, Den will ich mit Minigun holen, Ja, Wie schnell überhitzt die eigentlich? Komm, Den holst du, Warte, 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 Ich mach mal auf Save, Ich gimme ganz kurz, Holy shit, Mann, Der ist unter mir, Oder? Ja, Hier ist er, Ah, Grüß dich, Nein, Das Ding ist, Man kann die jetzt tatsächlich im Nahkampffall verwenden, Weil die so eine hohe Feuerrate hat, Ich würde sagen, Sie ist, Von der Feuerrate sogar noch ein bisschen schneller, Als die, Wie heißt die nochmal? Kleinstmaschinenpistole, Also die, Die lila und die goldene, Und das ist das geile, Ich meine, Man hat jetzt lange Zeit halt, Die wirklich nicht verwenden können, Weil, Man die leicht kontern konnte, Indem man einfach zurückgeballert hat, Weil die so unpräzise war, Aber ich bin auch der Meinung, Dass die präziser geworden ist, Und, Der Vorteil gegenüber normalen SMGs, Ist eigentlich klar, Es ist eine Minigun, Die ballert ordentlich durch die Gebäude durch, Also, Ja, Finde ich ganz nice, Dass die jetzt so ist, Und jetzt, Gucken wir mal noch, Was mit der Waffe reißt, Ich war ja so unglaublich selten, Ey, Was ist los? Ich werde da drum wieder hin, Da werden mal kurz Leute runtergeballert, Ey, Wie schnell du das Gebäude zerstört hast, Das ist richtig geil, So gefällt mir das, Oh mein Gott, Die sind ja beide noch oben, Ja, Dann komme ich mal von der Seite, Mhm, Oh, Ja, 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 Hat der einen genockt, Glaube ich, Ähm, Ich, Ich habe ein Problem, Aha, Was für eins, Ja, Was, Du bist tot, Ja, Der geht safe auf den Finish, Oder, Wenn er mich findet, Dann schon, Ja, Ich komme, Nein, Und, Ja, Ist auf jeden Fall ein Patch gewesen, Der wieder ein bisschen alles neu durchgemixt hat, Und, Ja, Ansonsten war es das Leute, Wir hoffen, Das Video hat euch gefallen, Wenn ja, Können einen Like gelassen, Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video, Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Ciao, Ciao,